Na YouTube, heute spielen wir noch mal den Gym Simulator und bevor einer fragt, ja, ich habe gesehen, dass es den Kebab Simulator jetzt in Vollversion gibt, den spielen wir natürlich auch noch, aber wir bauen jetzt erstmal noch mit Pupsi ein bisschen weiter aus. Ich hoffe, die Musik ist in Ordnung so. Diesmal ist es eine Playlist, die da heißt Gym Musik. Wo waren wir denn? Wir haben 8 Uhr, wir hatten ja den tollen Poolbereich und die Erweiterung. Was heißt denn eigentlich Box Club auf Level 7? Ist der irgendwo oder ist damit die, sind damit die, oh, Entschuldigung, seit wann gibt es ja Autos? Äh, wo war ich oder sind damit die Wetten gemeint? Oh Gott. Ah, ein bisschen Werbung hier. Mein Gott. Upsi, komm mit. Das ist ja, ja, das ist ja brandgefährlich hier. Um Gottes Willen. So, wann kommt mein Personal? Habe ich alles aufgefüllt? Ich glaube, ja. 100%. Habe ich da noch einen gehabt, ne? Schmutzigkeit. Was ist denn hier los? Upsi, warst du das? Upsi braucht auch nicht essen irgendwie. Oh, klar. So, wir sind Level 9. Können wir irgendwas? Irgendwas tun? Das haben wir ausgewählt. Das haben wir auch ausgewählt. Wann mal Pitless Studio, zweite Etage. Können wir... Ja, Upsi, Sekunde. Kann ich das? Ah. Okay. Sehr schön. Guten Tag, guten Tag. Oh. Hallo, der Herr. Niedrig-Unmelde, das ist Standard. Geht er dann eigentlich wieder? Oder bleibt er hier? Ich glaube, die Vermutung, er geht wieder. Aber wir wollen keine niedrige Klasse. Ja, er geht wieder. Okay. Oh, hallo. Hallo. Ich mach mal nochmal kurz Werbung unter meinem Yoga-Brett. Pupsi will ja irgendwie nix essen. Was ist Pupsi denn jetzt schon wieder? Dann läuft er einfach die Leute um. Ja. Pupsi, also. Äh. Pupsi, wo gehen wir denn mal hin mit dir? Ach, lauf mal, wie du willst. Wird schon gut gehen. Da hinten ist schon jemand fleißig am Yoga-Mal... Hallo. Äh. Hallo. Das war wirklich gedacht. Okay. Warte mal noch. Ja. Vorderseite. Ähm. Vorderseite. Können wir da schon... Was... Moment. Das haben wir jetzt. Glasfront. Gibt's noch mehr? Nein. Oh, nicht genügend Geld. Oh. Ja, so ein Mist. Dann... Ja, Pupsi, müssen wir warten. Wir haben kein Geld. Na fein. Oh. Pupsi, hast du auch den Stinker entdeckt? Oh, auf einmal wird der Gestank wieder angezeigt. Am letzten Mal nicht. Oh, guten Job. Ja, bitte. Standard. Okay. Oh, haben sie sich anders überlegt? Jetzt doch Standard. Ja, wofür. Und ihr Zwillingsbruder? Oh, der möchte VIP hier auch natürlich. Und ihr Drillingsbruder möchte auch VIP. Banks. Was ist... Pupsi. Also. Aber jetzt können wir die Front kaufen. Pitney Studio Vorderseite. Ja. Hier besser. Okay, Pupsi. Das geht so nicht. Ja, das ist keine Tür. Bleib mal hier. Hat da gerade jemand gestunken? Das wird jetzt nicht angezeigt. Heißt das eigentlich, dass ich dann mehr Duschen brauche? Sag mal. Okay. Sehr schön. Oh, hab ich nicht gesehen. Jetzt hätte ich's weggemacht. Ich weiß nicht, ob man's gehört hat, aber ich habe vergessen, mein Handy auf Laun loszumachen. Oh, das war die Peri. Da kann ich aber jetzt nicht antworten. Oh. Seht ihr mal, wenn man ins Handy guckt, ne? Dann vergisst man richtig zu arbeiten. Wir sind bald auch bei Level 10. Ich frage mich, ob man dann auch irgendwas mehr kann. Arbeitet sie? Hier. Hahaha. Stinkt ihr denn jetzt hier alle? Wie er geht in den Pool? Was ist hier? Ja, er eilt. Und genau. Auf die Fresser. Er stinkt und macht hier Frauen an. Sehr gut. Er macht doch stinkende Frauen an. Könnt ihr einfach mal um die Dame herumlaufen? Also heute ist ja echt viele Stinker unterwegs. Wir sparen den heutigen Tag jetzt einfach mal. Und dann gucken wir morgen. Was wird uns feines leisten? Ist hier eigentlich alles in Ordnung? Was habe ich euch hier eigentlich reingebaut? Einen kleinen... Ah, ich habe Duschen reingemacht. Okay. Also ich glaube, wir müssen hier eine Badeordnung aufhängen. Achso, hier war ich. Wie sieht es jetzt bei den Damen hier aus? Okay. Ja, fühlen wir mal ein bisschen auf hier. Also heute, die stinken ja alle. Und es werden so total viele geschlagen. Ist ja unfassbar. Aber was hast du gekauft? Was hast du? Ich weiß es nicht. Aber 99 reicht mir. Ja, ist mir jetzt egal. Oh. Oh. Die gehen bestimmt irgendwann, ne? Hallo, lass mich hier. Danke. Hallo. Von mir aus. VIP. Hallo. Oh, wir freuen uns. VIP. Musik ist gut, oder? Werde ich natürlich wieder unter dem Video verlinken. Drowning, drowning. Ich hoffe ja nicht in meinem Wut. Oh. 16.000, das geht eigentlich hier hoch als fix. 5 XP. Wir haben Level 10. Ich hab's nicht mal mitgekriegt. Ich hab's nicht mal mitgekriegt. Okay, ihr macht hier schön Fitness. Wenn ihr da alle an meiner Mitarbeiterin hängen bleibt. Gut. Außerdem macht ihr auch Fitness. Hab ich da eigentlich noch Inventar. Ich hab noch Yoga gemacht. Was hab ich denn noch Bilder gemacht? Und sonst noch was? Ja, ne, das macht keinen Sinn. Ich warte draußen irgendwas anstreigen. Das ist ein Inhal, ne, wir lassen es mal mit dem anstreifen. Ich habe noch einen Mülleimer. So, jetzt könnte er noch besser da hängen bleiben. Alter, also der macht ein bisschen zu viel, da reißt er schon die Hose. Niedrige Klasse. Boah, das sieht aber nicht so gut daraus, ein bisschen zu viel Schminke. Das ist ja der unglaubliche Halk. Ja, hol dir mal noch einen Protein-Shake, ist noch nicht genug. Ja, oder hier. Uuh, was mit Ihrer Hand los? Oh Gott, oh Gott. Hä? Huch! Was? Was? Was sind denn Dinge? Wie schön hier. Ach, gute Gott. pampe dick! und Schmutzigkeit, los auf auf! Was ist mit den Leuten los? Wolltet ihr gerade den Gestank wegmachen? Die 10? Da wäre ich aber jetzt beleidigt. Er steht direkt hier oder ist er der Mechaniker? Habe ich einen Mechaniker? Ich glaube ja. Ist er der Mechaniker? Ich weiß es nicht mehr. 23.000. Ist ja gerade keiner da. Nur mal gucken. Ach so. Nummer 1 und Nummer 2. Nummer 1. Oh! Ja, können wir uns ja gerade leisten. Da haben wir das ja alles gleich aussieht. Oh, als hätte ich ihn fast geschlagen. Ei, ei, ei. Hier werden schon genug Leute geschlagen. So. Habe ich schon einen zweiten Stock? Ich habe noch gar keinen zweiten Stock. Hör doch mal auf zu schlagen. Schwimmbad. Oh. Oh, geht auch noch nicht. Oh. Sauna. Ich kann eine Sauna kaufen. Oh. Jetzt bin ich wieder pleite. Hä? Ich habe die doch gerade gekauft, oder? So, jetzt bei den Männern. Ist das hier oder ist das beim... Das ist hier. Oh. Ich kann nicht reingehen. Okay. Ich kann nicht reingehen. Könnt ihnen noch mehr stinken können. Hast du hier noch alles? Ne, ich habe kein kochbares Essen mehr. Okay. Muss ich hier kaufen? Proteinpulver und Wasser. Okay. Kommt sofort. Ich lauf doch richtig, oder? Ja. Das ist Wasser. Das ist Proteinpulver. Oh. 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 Also, VIP. Sehr schön. Der Kiki. Ich finde das übrigens ähm, ganz toll. Ich bin jetzt total motiviert. Ich bin auch sehr wach. Wegen Kaffee und meinem vollen Energi-milkshake. Aber, aber vorhin ein Kuchen gebacken. Aber dann werde ich nicht so viel von essen, weil der ist mich für mich. Und da sind Kirsche drin. Wann ist das denn von mir so klein hier? Komm, du kommst jetzt auch noch dazu. Hier sind wir sogar. Auf jeden Fall werde ich da nicht so viel von essen. Und ich habe, also im Rezept steht, ein Stück hat, lass mich nicht lügen, ich glaube 280 Kalorien. Und ja. Da kann man ja schon dreiviertel Big Mac essen. Was ich nicht mehr tue, schon seit Jahren, aber so vom Vergleichswert her. 16.48 Uhr. Achso, oh. Ich, schon wieder. Hat er den bekommen oder war er beleidigt? Ich hoffe, er hat den bekommen. Wo stehst du denn jetzt? Okay. Steht ja alle um mich rum, als wäre ich hier der VIP. Niedrige Klasse. Gucken wir uns doch mal die Sauna an. Ja, so benutzt man eine Sauna. Eindeutig. Also, ich glaube jetzt einfach, wir haben ein Fitnessstudio ohne Regeln. Siehst du den nicht? Weg, weg. Ich muss den schlagen. Ich war schneller. Oh. Entschuldigung. Entschuldigung. Das war so nicht gemeint. Scheiße. Wann schließen wir? 18 Uhr? 19 Uhr? Ich habe immer noch kein Gewicht an meinem Mikrofon gemacht. Was dauernd nach oben. Kann ich mein Telefon hierzwischen machen? Ja, vielleicht funktioniert das. Ich könnte mich theoretisch jetzt auch, also nur meine, es würde keinen Sinn machen, aber meine Hände filmen. Weil ich habe das Telefon in den Mikrofonarm gepackt. Der beschwert das Ganze jetzt und zeigt quasi runter auf meine Tastatur. Oh, da ist wieder einer. Das ist schon cool mit dem, mit der Glasdecker, oder? My gosh, was ist denn hier los? Man geht nicht dreckig in die Sau da. Ne? Das wissen es vielleicht einige nicht. Aber man geht da sauber rein. Vor allem, wenn da noch andere Menschen drin sind. Was war denn das gerade für ein Geräusch? War das hier? Ach, so meine Tür. Und ich bilde mir schon Sachen ein. Ich dachte, er kommt zu mir. Er ging so straight auf mich zu. Der Tag ist ja gleich vorbei. Ich kann ja einmal an meiner richtigen Tür gucken. Obwohl nicht deine Katze da ist. Eine Sekunde bitte. Hey. Habe ich mir wo eingebildet? Au. Keiner stinkt. 23.000, das ist doch nicht schlecht. Oh, da stinkt einer. Ich bin auf dem Weg. Wo ist denn her? Wie? Und da. Ist doch alles in Ordnung. Also ich meine, jetzt mal. Also da muss eine Glasdecke hin, weil was macht das für einen Sinn, hier zu liegen und Beton anzugucken. Na ja. Na ja. Oh. Ich habe nichts mehr zu tun. Oh. Kommt ihr hier mal eben alleine klar? Ich habe übrigens die erste Mücke des Jahres gestochen, ne? Und das juckt wie Sau und ist angeschwollen. So schön direkt unterm Knie. Ja, schön weg mit euch. Könntest du auch mal vorbereiten hier, Alter, ne? Schmutzigkeit. Wie viele Reiniger stehen hier? Drei? Vier? Keiner sieht sich. Räuchte noch jemand, der hier die Leute... Ja, nach dem Tag schaue ich mal. Vielleicht noch mal duschen oder so. Kommt aus der Umkleide und stimmt. Wenn ich hier in den Müll einmal hinsetze, ob er dann auch nicht mehr so hier drinnen hängt? Ja, direkt vor deiner Nase. Wo gehst du hin? Habe ich dich nicht vorhin schon rausgeschickt? Wir haben 20 Uhr. So, jetzt ist aber gut hier, ne? Der ist schon geschlagen, ne? Oder? Oh, Mann. Nimm uns sicher zu gehen. Okay. Okay, er haut alle ab. Oh, und lasst die Leute hier. Hä? Was? Kann ich dir bitte noch den Shake geben? Hier. Ich habe kein Hühnchen mehr. Das Fitnessstudio schließt. So, jetzt habe ich noch zwei Stunden, glaube ich. Bis, äh, bis zum Boxkampf. Äh. Ähm, 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 ähm. Was wollte ich duschen, ne? Zwei, also jeden einen noch dazu. Dann. Was mit meiner Musik hier los? So, äh, Umkleideraum weiblich. Ihr kriegt auch. Oh. War ja gut bebaut. Zwei. Warum ist das bei denen denn nicht? Habe ich die nicht parallel gebaut? Ja, fein, habe ich nicht. Und so. Sag mal, das hat doch nach vorne gezeigt. Jetzt tue mich verscheißen. Ach so, das hat nicht nach vorne gezeigt. Okay. Ich sehe es an. So, jetzt kriegt ihr noch eine Dusche dazu. Eine. Die Herren kriegen auch noch eine Dusche dazu. So will ich denn immer verkehrt laufen. So. 21.26 Uhr. Ah. Sachen kaufe ich vielleicht auch noch. Nee. Was ist mit Spa für echt jetzt? Und jetzt ist der Gater vor der Tür. Pausiert das? Es pausiert. Moment. Ja, Schatzi. Komm rein. Sehr gut. Komm schön. Komm schon. Komm schon wieder zu. Ja, komm nicht. Komm nicht. Steht da, weint und guckt nur doof. Ähm. Ja, jetzt hat er mich rausgebracht. Spa. Das war es, ja. Ganz toll. Ah, gut. Nee, es kostet zu viel, ne? Ich weiß nicht. Ich, ich kaufe mal eben nochmal Equipment. Und morgen auch noch Werbung. Und ich weiß nicht, wie viel wir vielleicht bei den Sportbetten kriegen. Äh. Das kostet ja auch alles hier. Ja. Ja, Hundefutter brauchen wir ja anscheinend nicht. So, jetzt gehen wir, oh, Russen ist da, ne? Ich hab Pupsi vergessen. Und auch die Türen zuzumachen. Ich geh einfach gleich nochmal zurück. Hier, in der sehr vertrauenserweckenden Kneipe. Ist das jeden Abend? Ah, anscheinend. Äh, ja. Wie geht's? Ich wette für Camper 1. Okay. Was geht? Ja, mach mal. Ja, gerne doch. Camper 1. Ja. Viel. Macht schöne Schminke drauf. Camper 2. Oh, ich glaube, er geht all auf Camper 2. Kann ich's aber auch wetten? Okay. Okay. Woran machen die das denn aus? Was? Nimm keinen Knopf. Das ist ja nicht maler. Ja. Oh, ja, okay. Jetzt ist nicht mehr so neu. Okay. Ich hoffe, Camper 1 gewinnt. Los, 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 los. Yeah, yeah, yeah. Wie lange dauert er kann? Ja, ja, los. Hau, kaputt. Und, yeah. Was jetzt nicht, ist das mein Camper? Ne, das ist ja mit der Schminke, ne? Egal. Komm, komm ich wieder raus? Na. Wir könnten natürlich auch ein bisschen Glücksspiel betreiben. Hallo. Will ich mit euch reden? Guten Tag. Na? Sie sehen aus, als würden Sie mal im Fitnessstudio gehen. Kann ich auch Billiard spielen? Nein. Kann nur Blackjack spielen. Daten kann ich nicht. Ich kann nicht werfen. Ich treffe alles und jeden, aber nicht die Scheibe. Und los. Gib mir noch eine. Ah, ich bleib lieber, wo ich bin. Kein Gewinn. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Okay, gib mir noch eine. Okay. Wir... Wir spielen nicht. Kann ich das spielen? Nein. Nein. Okay. Ist hier noch irgendwas? Ist so dunkel hier. Upsi. Kannst du bitte mitkommen? Was ist das hier? Ja, ist ja gut. Komm mit, Upsi. Komm mit, Upsi drauf. Muss man ja mal ein bisschen erkunden hier. Oh, da kann ich mal nicht hin. Okay. Ich habe die Sachen gekauft. Dann gehe ich da mal auffüllen. Warum kann ich hier eigentlich nur zu... Ich konnte die doch mal zu 100% auffüllen, oder? Ja, ich liebe Zeit noch mal. Wie ist denn die Verste Wiz Synd cross? Ich liebe es nicht. Anh in die Duumbledore. Hallo! Danke, Herr Z50 ey. Gee wh開z dich mal wie bei dir. Danke, ich liebe dich da. Ich liebe dich ja mal eine. Geisse hoesses, wenn du raised DAY unseres, Da ist noch weniger drin. Kaffee, Kaffee, Kaffee. Okay, das ist gut, das Doppelschot. Kaffee. Ja, wups, die wir gehen ja jetzt gleich ins Bett. Sollen wir denn wirklich? Ich denke, ich noch was tun. Ich kann doch nicht mal Chlor hier reingemachen. 13.000. Das ist nicht viel, ne? Hupsi, komm her, komm her. Hupsi. Hier, hupsi, hupsi. So, du passt hier auf, ne? Gut. Ich muss ja auch noch ein bisschen Werbung machen jetzt. Warst du hier? Ja. Hallo. Hier rein. Schlafe bis 8 Uhr morgens. Ich trinke mal schnell einen Schluck Kaffee. Ich bin gerade aufgestanden. So, ein bisschen Werbung. Bisschen Werbung. Sind die Autos eigentlich jetzt wieder hin? War nur an einem Tag Verkehr. Und noch ein bisschen Werbung. Und komm, einmal noch. So. 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 Du kannst eigentlich auch hier bleiben, ich bin ja schon fast geneigt die Yogamatten als roten Teppich quasi zu machen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Schmutzig, boah schmutzig. Sind Level 11, gab es nicht irgendwas ab Level 11? Können wir nicht leisten. Hab ich hier noch nicht. 20.000. Na komm, noch ein bisschen mehr Werbung. Kommt hier gerade keiner. Sind die wieder neu da? Ah ne, nicht weg. Nein, ich kann sie leider nicht nehmen. Und Werbung. Burger Queen? Die waren wir noch gar nicht. Hallo. Oh nein. Da hängen alle Autos. Wo ist meine Musik? Ich schau sofort nach. Oh, Werbung hat sich schon gelohnt. Ich schau sofort nach der Musik. Stellt euch einfach Workout Musik vor. Ganz motivierende. Oh Gott. Gym Musik. VIP. Oh, schneller. Wir haben keine Zeit. VIP. So. So. Dann. Das wird's nicht wieder. Das ist nun mal. Das ist nun mal. Das ist nun mal. So. Ich schaufe. Ich schaufe. Hier, ich helfe dir schon mal. Mann, die nicht. Muss ich die alle selber füllen? Okay, jetzt bin ich mit den Tasten durcheinander. So, muss erst mal reichen, muss ja auch noch irgendwas machen, dafür wird sie ja bezahlt. Kann doch auch irgendwo sch- na. Schätzter Tagesverdienst an die Gesamtanz aller Mitglieder, gibt es auch irgendwo, wo man so ein Maximum sehen kann. Die Werbung lohnt sich. Seins. 12.000. Sehr schön. Und dann noch plus die Einnahmen von den Verkaufsautomaten. Ich war schneller. Dafür wirst du bezahlt. Oh. Wie konnte ich das übersehen? Was ihr hört, ist übrigens nicht das hier, ne? Das habe ich ausgeschaltet, weil da stand hier wegen, wer das aufnimmt oder streamt. ist. Copyright und so. Ich brauche 50.000. und bitte mehr kaufen. Und dann. Und dann. Ich brauche 50.000. Und dann. Ich brauche 50.000. Öffne brauche 60.000. Ah, ich will ja auch ein bisschen Deko machen ne. Oh, uiuiui. Standard. Das ist eine Klasse. Ja, jetzt geht die Musik wieder. Das ist nur zu 80. 21.000, Ufrauer 50. Machen wir oben nämlich die fehlenden anderen Gegenstände, denke ich. Ich bin mal aus Pesten. Nein, jetzt. Hm, jetzt stehst du anders da drin. Na gut. Briegeklasse. Wir nehmen jedes Geld. Was war das? War ich das? Jetzt ist er grad nicht da. Bleib schauen. Es leidet bei seiner Arbeit. Ja. Ja, wo geht der quasi hin? Njung. Hi. Ihr seid alle sehr motiviert. 26.000. Ein bisschen mit der Schmutzigkeit. Warum kümmert sich da keiner drum? Wenn wir hier eine zweite Etage kriegen, dann muss das besser werden. Ah, ich freu mich schon, ich darf gleich den Kuchen verzieren. Gucken, ob das funktioniert, wie ich mir erst gedacht habe. Ich habe nämlich eine Paradiescreme, diese Fertigdinger, schon zusammengemischt, im Kühlschrank kaltgestellt und werde das als quasi Sahnetupferl obendrauf verzieren. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Oh. Oh, jetzt muss ich schon wieder kauen. Ich glaube, so wird das heute nichts mehr mit zweiter Etage. Ist es ihnen nicht kalt? Oh gut. Davon mal mehr. Davon auch mal mehr. Bühnchen mit Reißsaumschirm noch da. Habe ich nicht zum Nachfüllen, aber geht ja noch. Wird wohl heute noch reichen. 33.000, 34.000 obwohl ich einkaufen war gerade. Ja, um mein Telefon wieder aus dem Mikro-Wunsch dann herauszubekommen, ist doch nicht so einfach. Aber an sich funktioniert das. Vielleicht fällt es mir irgendwann auf den Kopf, aber es geht. 35.000 aufgrund schafft. Hallo! VIP-Zahlung. Ich habe das noch nicht gesehen. Registrierend ab. 1100 und tägliche Zahlung 275. Ok. Spende. Das kostet eine Farben, 500. Wir kriegen den Poolbereich und so, ne? Er ist auch nicht so hübsch hier, ne? Ja, ja, ja. Gucken wir mal. Ja, bin wir da. Wir haben schon 100%. Macht das irgendwas? Hi. Kann ich dich auch streichen? Ok. Ist doch direkt ein bisschen fröhlicher, oder? Was ist denn das für eine kleine Wand gerade gewesen? Sind die unterschiedlich? Ok. Ok, ich wollte gerade sagen. Ist aber nicht von der Rückseite. Oh, guck mal, geht das auch? Ja, das kann man machen. Was passiert da? Das müssen wir aber noch hier besser hinkriegen, ne? Ich habe das doch gerade gesehen, dass der hier irgendwo hin kann. Okay. Ja. Hier. Wo kann ich noch auf? Vielleicht. 41.000. Ah, vielleicht schaffen wir es noch, eine leere zweite Etage zu machen. Na. Wo hänge ich denn hier aus? Mal gucken, ob Kundschaft da ist. Ne. Ja. Die benehmen sich ja heute. Hm. So. Direkt viel wohnlicher, oder? Ja. 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 Und Schatz? Nein? Nein? Ok. Dann gucken wir mal. 48.000. Entschuldigung, ich bin hier gerade beim Abdecken. Für mein Level ist 12. Ja, gehen wir schnell weg. Das kann auch. Also dann werden. Ich muss heute auch noch Sport machen. Vor den Tuchen, oder? Ich muss es ja gleich tun. Na, was hat sie genommen? Wolltest du es gucken? 49. Tausend. Ich glaube, wir haben gerade 7.000 mit Reis. Gut hoch. So, und jetzt gibt es kein Wasser mehr. Kann man einfach flassen. Wahrscheinlich geht es zur zweiten Etage irgendwo hoch, wo ich schon etwas vorgebaut habe. Jede Bette. Ich hab doch... Ich wollte gerade sagen. Das war doch... Was nicht? 80%? Und dann hat sie angefangen aufzufüllen. Jetzt kann ich auf 85 aufhören. Warum nicht auf 100? Das ging nochmal auf. Ja. Okay. Ich dachte gerade, das wären Kunden. Aber nein, sie stehen nur so hier vor. 52.000! Ja. Kommen wir jetzt. Wie ging denn das? Ach ne. Hier. Second Floor. Wieso habe ich jetzt wieder die ästlichen Lampen? Ach so. Weil ich ein Second Floor habe. Fitnessstudio 1. Äh, Decke. Ah, das sieht so aus, wie jetzt eine Textur fehlt. Ich nehme lieber die Steindecke. Echt? Nein, falscher Knopf. Fitnessstudio 2. Decke. Aber es ist auch dunkler, ne? Uuuuh. Sehr schön. Ich habe auch so ein Yoga-Ding mitten über mein Logo. Oh gut. Hätten wir mal dann hier das so ein bisschen fit machen können, ne? Wo ist denn, wo geht's denn da überhaupt? Wo jetzt? Hier? Oh, da. Ach, jetzt kommen die hier über die Yoga-Matten hoch. Uuuuh. Wow. So viel Platz. Kannst du hier wieder umkleiden. Ist das richtig, dass man das hier drin sieht? Ich finde, das passt. Ich bin Stier. Das ist ein Stier. Das kann man auf der anderen Seite sehen. Ist das da, wo man auch laufen kann oder nicht? Scheint doch nicht, ne? Ich bin still mit Gord. Ich bin still mit mir. Oh nein. Okay. Hm. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Ah! Ah! Nur weil meine Mitarbeiter jetzt gerade Feierabend haben? Er ist das nicht. Ah! Was ihr hier alles dürft. Also bitte. Ja. Oh. Ich hole nämlich diese Uhrzeit noch. Mittag, Standard. Therapien natürlich. mit wirtschaft machen und dann zahlen und aussehen na mögt ihr euch ihr seid eins gott euch kann ich nicht schlagen wie ist der an dir jeder wie er möchte hier noch alles machen wir nicht bald mal zu 13.000 so diese prognose hier ne das stimmt doch dann gar nicht also gut ja verkaufsautomaten und sowas blockiert ihr euch gegenseitig ja kurz noch zuschlagen und dann auch ne ja jetzt habe ich feierabend also ja wenn jetzt hier feierabend ist dich ist hier auch feierabend schuldigung wir haben beschlossen ich könnte mal wieder speichern ne so was stellen wir denn oben hin also ich brauche eins zwei ich werde gleich wieder haben eins zwei eins zwei ne ist nicht drin ausrüstung nur sagen mit drei sternen das ist jetzt nicht schlecht 3000 kann aber jetzt nicht ein so ein ding da hinstellen das sieht cool aus aber andere sind besser ja zwei laufwand das zwei das kurlische so können wir noch einmal werbung machen das ist keine alle hier noch so bleibst du jetzt einfach her ok geht da durch und passt auf ja wenn ich jetzt wüsste wo hier irgendwann der spa bereich hin kommt ne in einen schrank kann ich sie eigentlich auch außerhalb doch nicht hm wohin mit euch ne äh ihr habt vergesst wo ich sehen gefuckte da rein und dann die wand Mh, das geht nicht. Ah, wenn es sein muss. Sag mal, was habe ich denn mit diesen Schränken? Habe ich... Moment, der zeigt rein. Der zeigt zu mir. Okay, jetzt haben wir alles im Obenkleiderraum und hier haben wir drei Laufbänder. Oh, ihr habt die Wetten... Oh nein! So, wir müssen schnell zum Wettkampf. Ich weiß nicht, ob das noch funktioniert. Geh! Lauf, Junge, lauf! Lauf ich jetzt... Nein, die ist auch verkehrt! Ah! Ah, ich habe keinen Krampf im Busseil, wenn ich wirklich im Schneidersitz sitze. Ah, der Kampf beginnt bestimmt jetzt gleich. Ja, Running! Oh! Äh, ja! Ah, da! Ah, da! Ah, das geht! Ja! Ja! Und das geht? Ja! Ja! Und das geht? Ja! 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 ja weil es wahrscheinlich ein illegaler kampf ist hat er sich zu früh gefreut will ich mitmachen gut ich könnte wahrscheinlich die quoten ein bisschen beeinflussen je nachdem wenn ich was annehmen sagen wir so sollen ja alle wetten dürfen solange sie keinen knopf hat den finger gezeigt das sah so aus ich dich nicht eingesperrt so wir gehen noch mal ganz kurz das studio sauber machen und die laufbänder ordentlich platzieren und dann machen wir schluss für heute immer schön ordentlich wieder anfangen so laufbänder haben wir hier in der mitte leute rausgucken können da fangen wir dann an und wenn man es genau vor die wand dann können sie nicht sehen immer das für die wand mit ein bisschen abstand damit hier auch keiner hängen bleibt ja wir bleiben in der symmetrie halbwegs ja so halbwegs streichen wir es irgendwie was nicht symmetrie ne ist meine farbe ist begrenzt ja komm Pupsi wir müssen noch sauer machen oh was ist das denn hier mal ein bisschen aufhören da geht auch mal noch was ja 100 die gehen einfach nach hause und ja ist egal ne die gehen einfach nach hause und ja die 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 100 Prozent! Was ist denn noch Müll? Upsi, wo ist der Müll? Stimmt, in den Umglauben. Ja, sonst wäre die Frauen... Frauen sind meistens dreckiger als... Ja. 1% noch! Wo denn? Upsi, wo? Egal, dann nicht. Die Mitarbeiter werden es schon herausfinden. Wir gehen jetzt schlafen. Und ich sage schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Und nächsten Sonntag, denke ich, geht's weiter. Außer ich entscheide mich spontan für den Kebab-Simulator. Aber ich glaube, ich mache hier erst noch... Also eine Folge bestimmt noch. Ja, ich denke schon. Also, dann bis nächsten Sonntag. Ja. 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 Ja.